Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide von mir zu 7 days to die und zwar wir haben einen Rüstungsguide und da ich heute quasi nicht nur was darüber erzählen will, sondern ich natürlich auch zeigen will, wie die aussehen, habe ich einen Model dabei, den Martin Eigentlich hätte ich dir hier vorher noch so einen schönen Catwalk hinbauen können, wobei das können wir hier vorne machen Ja, ich würde sagen, wir fangen natürlich auch gleich mal an Es gibt gerade für den Anfang speziell Sachen, die ihr direkt craften könnt, ohne dass ihr jetzt Rezepte oder sowas dafür braucht und ich gehe jetzt einfach mal der Reihe nach, wo ich mir gedacht habe, das sind so die, die in der Reihenfolge, wie man sie herstellen kann, könnte, wie auch immer Und dann beginnen wir mit den Plant Fibers Wir können bei den Plant Fibers entweder ja so einen Kopfschutz oder so einen Hut herstellen Der Unterschied da dabei ist, bei dem Hut bekommt ihr Minus Isolation Also ist es besser für wärmere Gebiete, so die verbrannte Zone oder sowas Um das herzustellen, braucht ihr 5 Plant Fiber Und ich habe euch mal jetzt gezeigt, wie das so am Anfang ist Wenn ihr gerade erst anfangt, ja, von den Verteidigungswerten her Und wenn ihr dann später wirklich im Late Game seid Ihr seht, dass die Haltbarkeit hochgeht Die Isolation und der Wasserschutz, das verändert sich nicht Es verändert sich ja lediglich die Haltbarkeit und eure Protection Werte Und das wollte ich euch schlussendlich damit zeigen Dann haben wir hier den Plant Fiber Hut Hut? Weißt du es so, Martin? Ich glaube ja Für den braucht ihr auch 5 Plant Fiber Habt ihr bloß 2 Isolation und bloß 5 Waterproof Das sind alles so Sachen für den Anfang Und ihr seht auch hier Protection Das geht schon immens hoch Dann haben wir das Plant Fiber Shirt Da habt ihr bloß 5 Isolation und bloß 5 Waterproof Dafür braucht ihr halt 10 Plant Fiber Und das ist ja wirklich ein Material Das kann man am Anfang wirklich super einfach sammeln Also so für die erste Grundausstattung ist das schon vollkommen in Ordnung Hier haben wir die Gloves Aber braucht ihr 5 Plant Fiber dafür Und auch später dann Wobei ich glaube später hat man eigentlich gar keine Plant Fiber Sachen mehr an Das ist so Wirklich dadurch, dass die Isolation relativ gering ist Ist das eigentlich Kann man das fast in jedem Biom anziehen Für die Pants braucht ihr halt 10 Plant Fiber Ihr habt da nochmal die ganzen Verteidigungswerte Und für die Schuhe brauchen wir 5 Plant Fiber Und insgesamt, um das jetzt einmal komplett herzustellen Braucht ihr theoretisch 30 Plant Fiber Ich habe jetzt mal 35 hier mit reingemacht Aus dem einfachen Grund Weil ihr müsst euch ja entscheiden, welche Kopfbedeckung ihr nehmt Kommt ganz drauf an, in welchem Biom ihr halt gerade seid Also wenn ihr in der Wüste seid Würde ich euch definitiv den Hut empfehlen Alles andere Den Hut Diese Mütze da halt So Gehen wir weiter Was haben wir noch Relativ auch leicht am Anfang ist Wenn ihr Cotton gesammelt habt oder schon in den ersten Häusern wart und ihr habt schon Cloth Fragments Dann könnt ihr euch ein Cloth Head Armor herstellen Es ist schon ein bisschen besser von der Isolation her und auch vom Wasserschutz Und ihr seht auch schon, die Verteidigungswerte sind schon ein bisschen höher Dafür braucht ihr 4 Fragmente Und das ist im höheren Level Ja, wird schon definitiv sinnvoller Dann könnt ihr euch mit den Cloth Fragments Braucht ihr 8 Stück Da könnt ihr euch eure erste Eure erste richtige Rüstung herstellen Weil das andere sind ja eigentlich nur Kleidungsstücke Auch plus 3 Isolation Plus 10 Waterproof Und ihr seht Später Gehen die Verteidigungswerte schon Massiver hoch Dann haben wir die Handschuhe Braucht ihr lediglich 2 Cloth Fragments dafür Und bei Isolation 10 Waterproof Und auch hier gehen die Verteidigungswerte schön hoch Ich glaube, das muss ich auch nicht bei jedem Stück erwähnen Das sollte mittlerweile klar sein Dann haben wir hier den ersten Schutz für die Beine Den man herstellen kann Die hat 3 Isolation und 10 Waterproof Das ist eigentlich auch sowas, was man eigentlich so in jedem Biom Auf jeden Fall schon mal anziehen könnte Dafür braucht ihr halt 12 Cloth Fragments Und dann haben wir noch die Schuhe Auch Isolation plus 3 Waterproof 10% Und ihr braucht lediglich 3 Cloth Fragments Und euch das insgesamt herzustellen Habt ihr lediglich 24 Cloth Fragments Was jetzt auch für den Anfang nicht allzu viel ist Nachdem ihr euch natürlich erstmal euren ersten Schlafsack gecraftet habt Denke ich, ist das schon mal relativ sinnvoll für den Anfang Oh, Entschuldigung So, dann kommen wir zu dem Animal Hide Wenn ihr am ersten Tag schon ein bisschen jagen wart und so Und vielleicht auch schon ein Messer hattet Kriegt ihr ja auch schon ein bisschen Animal Hide raus Ihr seht, die Isolation ist hier schon ein bisschen höher Und auch das Waterproof Beteiligungswerte sind auch schon ein bisschen höher Ihr habt jetzt aber hier Nur zwei Defense Punkte Wenn ihr jetzt nochmal hier guckt Habt ihr hier auch noch Gegen Radiation und gegen Fire Bei den Cloth Und gerade bei den Plant Fimern war das genauso Genau Das fällt bei dem Animal Hide halt leider weg Dafür sind die anderen Verteidigungswerte Aber vom Grund auf schon wesentlich höher Ist sehr geeignet Für das Schneebiom Durch die hohe Isolation Und halt durch den relativ hohen Waterproof Wert Weil durch den Schnee Ihr doch relativ schnell nass werdet Und ihr seht Für den Kopf braucht ihr 5 Animal Hide Für die Jacke braucht ihr 10 Für die Handschuhe Haben wir auch 7 Isolation Und 15 Waterproof Braucht ihr lediglich 5 Animal Hide Muss man halt immer feststellen Oder sag ich mal Gucken was man halt am Anfang so hat In Materialien Denkt dran Ihr braucht das Animal Hide auch für eine Forge Also verballert nicht alles Dann haben wir hier so eine wunderschöne Und dann haben wir da lediglich 10 Animal Hide dafür Und hier seht ihr mal die Verteidigungswerte einfach nochmal In Höherem Ich denke Dass ihr hier das Light Armor oder das Leatherworking Ich meine ihr seht das ja bei jedem Kleidungsstück Was ihr für was braucht Also für das Animal Hide oder für das Clothes Dürfte relativ klar sein Dass wenn ihr das anklickt Was ihr dafür skillen müsst Dann kommen wir noch zu den Schuhen Wir haben auch 7 Isolation Und 15 Waterproof Komischerweise sind das die einzigsten Die auch Fire Defense und gegen Verstrahlung Schutz haben Warum auch immer Das kann ich euch nicht sagen Braucht ihr auch lediglich 5 Animal Hide Und ihr seht auch hier Die Werte sind schon relativ hoch Bei Animal Hide Und um euch das einmal komplett herzustellen Braucht ihr 35 Animal Hide So und jetzt möchte ich unseren Martin doch mal bitten Für die ersten 3 Sachen Sich mal kurz umzuziehen Ich würde mal sagen Wir fangen mit den Plant Fibers an Ich drehe mich auch weg Oh das war nett Ja Ich will ja keinen Nacken da hier sehen Ah Bist du fertig? Ja So Da habt ihr quasi das Plant Fiber So sieht das halt am Anfang aus Also was heißt am Anfang Also das verändert sich ja nicht Aber Kannst du dich mal Auch mal so rumdrehen Weil das ist sehr dunkel Wenn du einfach nur gegen die Sonne stehst Dass ich mir das auch mal von hinten angucken kann Oh sexy ass Ja darfst du dich umziehen bitte Ähm Und zwar für die Clothes Teile Mit einem schönen Cowboy Hut Ja Das sieht traumhaft aus Ich drehe mich wieder um Nicht dass du dich genierst Deshalb können wir uns Wunderschön das Biom hier anschauen Mit dem Reh Schön Schöner ruhiger Platz hier So Jetzt muss ich mal kurz was trinken hier Also ich habe jetzt Clothes an Und Plant Fiber Aber diese zwei Sachen die du beim Clothes nicht hast Ausgezogen Ja ist in Ordnung So Da seht ihr wunderbar unsere Clothes Sachen Und du hast jetzt was die Was hast du jetzt von der Plant Fiber noch an? Ne ich habe vom Plant Fiber jetzt gar nichts an Also Shirt kann man noch anziehen Und die Pants Weil die Ah ok Das ja Clothes Leg Armor ist Und Clothes Chest Armor Also wenn ich das andere anziehe Sieht das dann so aus Wunderbar Ja ähm Und dann zeigt uns auch nochmal Das wunderschöne Animal Height Weil die Hose sieht immer Highlight mäßig aus finde ich Ich drehe mich wieder weg Ich will ja hier kein Nacketeil sehen Guck mal da unten Oh ein Hühnchen Hühnchen? Oh ich kriege Hunger Jetzt wird es ja interessant Warum ist denn das Spiel offen? Ja Ähm Ist jetzt ein bisschen doof Alles live Ja Das ist live Ähm Wie kann man denn überhaupt schreiben? Ähm Ah ja komm Lass mal da mal rumstehen Er kommt ja nicht an die Kisten dran So Sind wir mal nett Ja ich wäre dann auch soweit Ja Das finde ich super Ja Ja es ist halt live Ich freue mich Ja ähm Das ist unser Animal Height Ähm Das ist halt hauptsächlich für unser Winterbiom Oder für unser Schneebiom gedacht Vom Grund auf gesehen Wunderbar Also es ist jetzt wieder so Dass einem natürlich die Armor fehlt Ja also Kann man dann von Close dazu anziehen Genau Oder ähm Wir gehen zu der nächsten Kiste schon Wobei Da haben wir ja eigentlich Äh Doch da haben wir auch schon Ein Armor Ähm Die nächste Stufe wäre das Leder Wie ihr seht Und es ist beim Leder einfach so Das geht gar nicht so einfach Weil ihr braucht erstmal generell Ähm Das Leather Tanning Bock Ja Um überhaupt Leder herstellen zu können Und um euch dann die einzelnen Teile herzustellen Braucht ihr dann noch die Schematik dafür Also ähm Mit ein bisschen Loot Glück Findet das es am Anfang schon Ja Ähm Um euch den Kopf herzustellen Braucht ihr Fünf Leder Ähm Ihr habt äh Plus 4 Isolation Aber ihr habt halt Einen ziemlich hohen Äh Wasserschutz halt auch schon Und Verteidigungswerte Ihr seht Sie werden immer besser Dann haben wir hier unsere Chest Armor Ähm Plus 4 Isolation Und 20 Waterproof Ähm Wäre in der Kombination Je nachdem Ähm Was zum Biom euch euch gerade befindet Ähm Könnt ihr das halt anziehen Na also ich Ja Das äh Ist denke ich Fürs Schneebiom schon sehr gut Oder halt auch für die gemäßigte Zone Klar Ihr braucht auch eine Schematik 10 Leder Und Die Werte Ihr habt natürlich hier auch Ähm Wie ihr seht Komischerweise ist es beim Leder auch so Ähm Keine Fire Defense Und keine Radiation Defense Also gegen die Verstrahlung So ähm Ähm Dann haben wir Glows Die Handschuhe Ihr braucht Ja Eigentlich für alles hier eine Schematik Ich meine ihr seht es ja hier Braucht 5 Leder Werte sind 4 Isolation 20 Waterproof Und die Werte gehen glaube ich Überall einigermaßen gleich hoch Dann habt ihr hier auch Den nächsten Beinschutz Mit 4 Isolation 20 Waterproof Und hier fehlt halt auch Fire und Radiation Defense Braucht aber halt auch 10 Leder dafür Also ihr merkt halt schon Sobald ihr irgendwie Armor oder sowas herstellen wollt Dass ihr einfach mehr davon braucht Ist ja eigentlich auch irgendwo logisch Das soll ja auch schützen So Und dann haben wir hier wieder die Schuhe 4 Isolation 20 Waterproof Und es ist anscheinend Bei den Schuhen einfach so Dass da dann immer wieder Der Fire Defense Und das Radiation Defense Einfach mit dabei ist Aber warum das so ist Ich wüsste es wirklich gerne Ja Um das insgesamt herzustellen Braucht ihr 35 Leder Ihr braucht die 5 Schematiken Und halt das Leather Tanning Bock Eigentlich auch geeignet Für jedes Biom Bis auf Wüste Und verbrannte Biom So Da haben wir mal die Grundausstattung So das was man so herstellen kann Ihr seht halt immer Dass Klamottenteile fehlen Also das dürft ihr dabei nicht vergessen Ja also Ihr müsst halt auch Auf eure Gesamtwerte achten Das zeige ich euch aber zum Schluss So Gehen wir zum nächsten Da Sind wir jetzt bei dem Scrap Metal Teilen angekommen Das ist jetzt Ja Schon ein bisschen aufwendiger Weil ihr schon einiges dafür haben müsst Beziehungsweise auch finden müsst Also lediglich klar Ihr braucht das Lederbuch schon mal dafür Und ihr braucht das MacDivers Book Das müsst ihr aber schlussendlich Nur einmal finden Ja also wenn ihr das einmal gefunden habt Werden alle Teile freigeschaltet Das ist der erste Helm Den ihr euch herstellen könnt Ähm Ihr seht Isolation plus 3 Waterproof plus 5 Ist jetzt Ja Der Schutz ist jetzt nicht allzu riesig Aber die Verteidigungswerte sind halt schon Relativ hoch Wie ihr seht Aha Was brauchen wir für den Helm Fünf Scrap Iron Zwei Leder Und ein Duct Tape Ähm Für viele die jetzt meinen anderen Guide Jetzt nicht gesehen haben Duct Tape könnt ihr euch selber herstellen Und zwar mit Kleber und einem Cloth Fragment Also ist das jetzt auch Eigentlich eine Sache Die man ja auch für viele Sachen braucht Und Gott sei Dank kann man das selber herstellen Und ist nicht drauf angewiesen Äh Es via Loot zu finden Woher kriege ich den Kleber Ja Das Äh Den Kleber kannst du Oh Gott Jetzt Bringst du mich hier gerade völlig durcheinander Den Kleber kannst du Ähm Mit Wasser und Knochen herstellen Ja Deswegen Leute Nie die Knochen wegschmeißen So Wir gehen weiter zum Scrap Chest Amor Hier auch die Werte Isolation 3 Waterproof 5 Ähm Und die Defense Punkte hier Ähm Ihr seht schon 10 Scrap Iron 5 Leather Und 3 mal Duct Tape Ja Ähm Das ist so Ja Eine recht gute Sache Wenn du halt auch PvP schon spielst Das ist Scrap Chest Amor So Wir gehen weiter zu den Handschuhen Hat auch Ähm 3,5 Relativ hohe Verteidigungswerte schon Ihr braucht 5 Scrap Iron 2 Leather und 1 Duct Tape da dafür Ähm Und ihr seht Und ihr seht Im Höhen Bereich Die Defense Punkte Die sind schon enorm So Dann haben wir Unser Scrap Black Armor Ja 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 Auch 3 Isolation Waterproof Ihr braucht 5 Scrap Iron Dafür 2 Leather 1 Duct Tape Und ihr seht Das ist natürlich Ähm Schon Immense Verteidigungswerte So Dann kommen wir noch zu den Schuhen Da brauchen wir lediglich 5 Scrap Iron 2 Leather Und 1 Duct Tape Hat auch 3,5 Ja Und die Verteidigungswerte Sind auch schon ordentlich Ja So Um euch das einmal Komplett herzustellen Braucht ihr halt 30 Scrap Iron 13 Leder Und 7 Duct Tape Also das ist jetzt Wirklich was erschwingliches Wenn man das Buch gefunden hat Oder die beiden Bücher gefunden hat Ist das echt schon eine gute Sache Könnt ihr eigentlich auch Überall anziehen Ja Weil die Isolation Doch sehr gering ist So Da haben wir Unser Metallmann Der Helm hatte so ein bisschen was Wie so ein Gladiator von früher Sieht sehr interessant aus Hast du ein Stoppschild am Arsch? Hehehe Schön Was? Hast du ein Stoppschild am Arsch? Ein Traum Ja Nicht auf meinen Hintern Doch Doch Aber Jetzt Kommen wir eigentlich Zu der einzigen Rüstung Die wirklich sinnvoll ist Für die Wüste Oder das Verbrannte Biom Und zwar Das ist Die Iron Klamotten Ihr braucht halt Forged Iron Da dafür Und Leder Klar Wir brauchen wieder Das Lederbuch Müsst ihr gefunden haben Dafür Und ihr braucht für jedes einzelne Teil Die Schematik Ja Und ihr seht jetzt schon Bei dem Eisenhelm Ihr habt Isolation Minus 10 Ja Gut Es ist Eisen Und Waterproof Seid ihr halt nur bei 5% Aber Die Verteidigungswerte Sind jetzt auch Im geringen Level Schon sehr hoch Ja Wenn die Schematik Von 105 Forged Iron Habt Und Drei Leder Ja Und ihr seht euch das mal an Das ist jetzt ein Helm mit 599 Also das ist schon immens hoch Ja Würde ich euch jetzt aber Komplett nicht empfehlen Wenn ihr Im Schneebiom seid Also Das könnt ihr natürlich auch machen Ja Aber Da müsst ihr natürlich Sehr mit Campfires arbeiten Oder Mit Kaffee Oder so Was euch halt permanent Also richtig gut aufwärmt So Dann kommen wir hier zu Chest Armor Hier hat auch Minus 10 Isolation Und Plus von Waterproof Und hier die Werte Sind auch schon sehr hoch Ja Für 10 Forged Iron Und 3 Leder Und Im höheren Level Also Ihr seht schon Also Da wird der Schaden Schon mächtig Reduziert So Dann haben wir Unsere Handschuhe Die haben nur Minus 5 Isolation Und 5 Waterproof Ja Für 5 Forged Iron Und 3 Leder Ist das schon ordentlich Und auch der Schutz Wie ihr seht So Dann haben wir Unseren Beinschutz Unseren Bein Armor Auch Minus 5 Isolation Und Plus 5 Waterproof Ja Das bewegt sich Am Anfang Ziemlich gleich Mit den Defense Punkten Hier Wir brauchen halt 5 Forged Iron Und 3 Leder Dafür Ich komme Irgendwann nicht drüber hinweg Dass da eben Gerade einer reingekommen ist Schön Ja Und ihr seht auch Und ihr seht auch die Verteidigungswerte Einfach immens Und jetzt kommen wir einfach noch Zu den Eisenschuhen Besonderheit hier ist Dass ihr auch bei den Eisenschuhen Kein Fire Und Radiation Und Radiation Und Defense Habt Was jetzt bei den anderen Sets Sage ich mal Der Fall war Auch Minus 5 Isolation Oh Gott Plus 5 Waterproof Man braucht lediglich 5 Forged Iron Und 3 Leder Dafür Und auch hier Also die Verteidigungswerte Das ist eigentlich ziemlich egal Was ihr hiervon habt Wenn die auf dem selben Level sind Sind die irgendwie gleich Ja Ja Um das insgesamt einmal herzustellen Braucht ihr 30 Forged Iron Und 15 Leder Ist wirklich nicht viel Aber es bringt sehr viel Auch schon in den geringeren Levels Also So Wo ist denn hier Mein Model Komm her und zeig's Da hinten ist ein Bär Ja Lass dem Bär Bär sein So warte mal Ich muss mich hier mal rumdrehen Dass man das sieht Ja Ihr seht schon Ich kann ihm zwar jetzt Keinen Schaden zufügen Aber das ist schon Sehr immens Was da jetzt an Schaden Geblockt wird Ja Also Auch fürs PvP Super geeignet Wenn man es gefunden hat So Und jetzt komme ich Schlussendlich noch Zu den Sachen Die man jetzt nicht herstellen kann Ähm Ich glaube das Mal so ein bisschen schon Vorsortiert Ähm Das sind alles nur Loot Gegenstände Die einzigste Ausnahme Da davon Ist hier das Bandana Weil das könnt ihr euch Selber herstellen Mit zwei Close Fragments Ähm Hat Minus 5 Isolation Und 10 Waterproof Ähm Ihr müsst halt gucken Mit den Verteidigungswerten Ähm Ich wollte das jetzt nicht Alles nochmal einzeln Raussuchen Ähm Ich muss kurz was trinken Es tut mir leid Also ein Bandana Sage ich mal Ähm Zu reparieren oder so Macht jetzt Nicht so Sinn Also stellt es euch einfach her Wenn ihr später Sowieso Ähm Cotton anpflanzt Oder sowas Dann könnt ihr das wunderbar Mit skillen Ja Äh Fangen wir Bei den Bei den Kopfbedeckungen Quasi an Äh Was man so finden kann Wir haben hier Ähm So ein Football Helm Der schon relativ gut ist Auch für die Verteidigungswerte Für den Anfang Ähm Dann haben wir hier Ein Kevlar Helm Den gibt es auch Anscheinend nochmal Als Äh Swat Helm Ausführung Der Vielleicht andere Werte Nur hat Also bei einem Kevlar Helm Habt ihr Minus 5 Isolation Und plus 5 Zur Waterproof Und Bei dem Swat Helm Ist es Minus 10 Isolation Und Plus 10 Sind Waterproof Äh Die Verteidigungswerte Sind gleich Aber Ich muss jetzt so jetzt sagen Den Swat Helm Den hab ich jetzt lediglich Ähm Kreativmodus Gefunden Und Selbst gefunden Hab ich ihn noch nicht Also Weiß ich nicht Ob der irgendwo im Loot mit drin ist Ich gehe mal davon aus Dann haben wir hier eine Baseballcup Auch wunderbar für etwas wärmeres Biom Oder wenn ihr merkt dass ihr einfach überhitzt Könnt ihr das natürlich anziehen Und dann haben wir hier unseren Cowboyhut Ja der auch schon recht gut ist für wärmere Sachen Ähm Was ich jetzt die ganze Zeit nicht erwähnt habe Ist Ihr seht hier unterschiedlich Natürlich Ähm Die Was ihr braucht um es zu reparieren Also das wäre zum Beispiel Forged Iron Dürfte relativ klar sein Bei der Basecap halt Clothes Fragments Und bei dem Cowboyhut braucht die Leder Ähm Ja der hat Minus 10 Isolation Plus 15 Waterproof Und die Verteidigungswerte Sind eigentlich auch für den Anfang relativ in Ordnung So Sollte die am Anfang in einem Schneebiom sein Gibt es Ähm Diese Skullcaps Die haben halt schon Plus 15% Isolation Das ist für den Schneebiom echt super Die gibt es noch in unterschiedlichen Ausführungen Also Farben Aber Deswegen habe ich es jetzt nur einmal hier gezeigt Ja Was auch super ist Wenn ihr Ähm Quasi Minen geht Und ihr habt einen Mininghelm gefunden Ja Würde ich ihn anziehen Weil Ihr könnt Wenn ihr ihn Äh Ich kann euch das ja gerade mal zeigen Wenn ihr den anzieht Könnt ihr auf F drücken Und Dann bekommt ihr halt so ein wunderschönes Licht Ah Gott Ein nackter Ja So sieht der aus Äh Komischerweise sieht man nicht Ob das Licht an ist Oder Nicht Also beziehungsweise Man sieht es schon Martin lass es mal an bitte Und dreh dich mal zu mir Ja genau so Dreh dich mal ein Stück nach rechts Noch Also dass du so seitlich zu mir stehst So ähm Bleib mal stehen Und ihr seht jetzt hier Diesen Punkt Also der ist jetzt ähm Irgendwie Total falsch platziert Der müsste eigentlich oben direkt in den Helm kommen Genau Trigger mal ein bisschen Martin Da sieht man das wunderbar Daran erkennt ihr Ob ihr gegenüber den Helm anhat oder nicht Ob man das so im Eifert das Gefecht sieht Weiß nicht Ja Kommen wir weiter zu den Brillen Ähm Die Brillen sind super Ähm Gegen Hitze Ähm Dass die jetzt äh Großartig Keine Verteidigungswerte haben Dürfte wohl relativ klar sein Ähm Dabei muss man jetzt bedenken Dass ihr diese Brillen Die könntet ihr jetzt zum Beispiel In Kombination mit dem Cowboyhut anziehen Aber jetzt zum Beispiel Nicht mit dem Footballhelm Da müsst ihr jetzt einfach schauen Ähm Wenn ihr Wenn ihr was anzieht Äh Was ihr dann noch alles Äh Benutzen könnt Dann haben wir die Aviator Klubscher da Ähm Die haben schon Ja Es geht von den Verteidigungswerten Aber die sind Einfach nur Für die Verteidigungswerte da Also die bringen euch nichts irgendwie Ähm Gegen Hitze Oder gegen Kälte Dasselbe ist auch bei den normalen hier So Dann haben wir noch die Night Vision Muss es euch zeigen Ja Ähm Hoppla Bei der Night Vision ist das Äh Problem Dass Die Einfach immer noch buggy ist Ähm Könnte man hier In Kombination mit dem Mininghelm anziehen Oder mit dem Cowboyhut Oder so Aber jetzt Ein Footballhelm Könntet ihr nicht anziehen Ähm Da seht ihr es Bei Martin Aber Das Problem ist Ich zeig's euch jetzt einfach mal Ähm Jetzt muss ich kurz überlegen Oh Gott Wie macht mir die nochmal an F Auch mit F Ah Wunderbar Da haben wir unseren Wunderschönen Matrix Effekt hier Wie ihr seht Also die sind leider noch Verbackt Ich hoffe Dass sie irgendwann mal wieder Funktionieren War aber mal schöner Jetzt seh ich nur noch Streifen Aber dafür ist es richtig rum Ja Also in der früheren Version Stand dann alles auf dem Kopf Aber du hast wenigstens Die Umgebung gesehen Ja Also Sehr schade Dass es halt noch buggy ist Weil wenn man hier nachts unterwegs ist Oder man könnte auch so super minen gehen Mit den Dingern Aber Zur Zeit leider nicht nutzbar So das Baden habe ich euch ja vorhin schon gezeigt Ähm Gehen wir weiter zu den Jacken Also es gibt Also es gibt Drei unterschiedliche Jackenausführungen Wir haben einfach diese Denim Jacket Ja Mit Plus 10 Isolation Und plus 10 Waterproof Ähm Ja Ist jetzt eigentlich auch so für Fast jedes Hierum geeignet Bis auf halt die warmen Also die verbrannte Zone Oder Ähm Die Wüste Ähm Wenn es dann doch ein bisschen kälter wird Muss man dann schon zu einem Leatherduster greifen Weil der schon plus 20 Isolation hat Beteiligungswerte sind halt relativ niedrig So Ähm Solltet ihr euch im Schneebiom Was gebaut haben oder sowas Kann ich euch nur den Ähm Puffercoat empfehlen Weil der halt einfach plus 30 Isolation hat Und 50% Ähm Wasserschutz Ja Das ist schon einiges Und das macht sich bemerkbar Wenn man den an hat Ja Dann kommen wir Zu einem Tanktop Die gibt es auch In verschiedensten Farben Hat nur plus 2 Isolation Und äh Plus 10 Waterproof Also ist eigentlich auch für jedes Bion geeignet Ähm Das Problem ist eigentlich Alles was plus bringt Könnt ihr in der Wüste eigentlich nicht anziehen Also ihr könnt zwar schon Aber ihr überhitzt So dermaßen schnell Ähm Dass es eigentlich halt fast keinen Sinn macht Dann haben wir auch hier noch ein Shirt Das hat plus 10 Isolation Und plus 10 Waterproof Ähm Ja Wie gesagt Das ist jetzt auch schon was Würde ich jetzt eher nur im Schneebiom empfehlen Oder halt Ein Waldbiom oder sowas Ja Müsste halt gucken So dann haben wir noch die Hosen Die haben plus 5 Isolation Und plus 10 Waterproof Ja Wie gesagt In den Biomen her Und dann haben wir hier noch die Worn Boots Na Mit plus 10 Isolation Und plus 10 Waterproof In den einzelnen Kombinationen Müsst ihr dann ähm Schlussendlich gucken Ähm Und zwar hier Bei eurem Charakter Ähm Hier seht ihr die verschiedenen Verteidigungswerte Hier seht ihr die Temperaturanzeige Ähm Wie viel Schutz ihr gegen Feuchtigkeit habt Was die Kilogramm Anzeige bringt Ich weiß es immer noch nicht Ich habe keine Ahnung Ich kann es euch leider nicht erklären Ja Ähm Um jetzt euch einfach nur mal kurz Das zu zeigen Wenn ihr jetzt Ähm Mal komplett das Iron anhabt Von den Werten her Da habt ihr minus 35 Grad Fahnenheit Also das ist schon super Ähm Dann könntet ihr jetzt natürlich noch Ähm Brille anziehen Bandana anziehen So Und Oh ne Die Brille geht ja gar nicht Weil es ist ja ein Eisenhelm Haha Und das Bandana auch nicht Das war jetzt wieder der Vorführerffekt Ich habe es vorhin selber erzählt Und denke jetzt selber nicht dran Ja Ähm Also wie gesagt Für die Wüste optimal Und auch ihr Ihr seht Ähm Die Gesamt Wo man Da sagen muss Der Ironhelm bringt minus 10 Wenn du alles andere anziehst Hast du Also Cowboyhut oder Cappy Brille und Bandanas Hast du Im besten Fall Minus 20 Ja Ähm Genau Gut dass du es erwähnt hast Ich hätte es wieder vergessen Das noch zu sagen Ihr seht hier minus 10 Minus 5 Und minus 5 Ähm So kommt ihr auf minus 45 Grad Fahnenheit Ähm Habt natürlich aber auch Keine Hosen Kein Shirt Und ähm Ja jetzt sag ich schon mal Keine Jacke an Mehr geht nicht Geringer kommt ihr nicht Von der Gradzahl her Also Wirklich super für die Wüste geeignet Wenn ihr das jetzt natürlich Ähm Ja In einem Schneebiom anzieht Der friert ihr euch ganz schön schnell Einen ab So Damit war ich jetzt eigentlich auch schon bei meinem Guide Ich finde es schön Dass wir einen wunderschönen Gast hatten Ja Martin unser alter Cowboy Ja also ich hoffe ich konnte euch zumindest Ey Ruhig hier ne Ich hoffe ich konnte euch ein bisschen was zeigen Über die Einzelnen Teile Was die halt auch für Werte haben Und so Dass ihr euch ein bisschen entscheiden könnt Okay wie wollt ihr was machen Oder Wollt ihr es überhaupt produzieren Ähm Natürlich auch mit dem Schlussendlich Was sie am Ende so bringen Ähm Ja Was soll ich noch großartig dazu sagen Ich hoffe ich konnte euch damit einfach nur helfen Ähm Wenn ihr Fragen habt Könnt ihr mir auch gerne schreiben Wenn euch der Guide gefallen hat Leute Lasst mir einen Daumen oben da Schreibt mir was in die Kommentare Falls ich irgendwas vergessen habe Oder was falsch erklärt habe Ähm Ich werde Äh Euch natürlich antworten In diesem Sinne Möchte ich mich nochmal bei Martin bedanken Dass er mal kurz Äh Quasi Mein Victoria's Secret Model gespielt hat Wunderschöne Kombination Eieiei Vielen Dank Martin Und Bis zum nächsten Guide Ciao 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 Ciao